Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, das sich da nennt Let's Play Tic-Tac-Toe. Heute habe ich mir ein ganz besonderes Spiel ausgesucht, nämlich ein Spiel, das jeder von uns kennt. Ja, Tic-Tac-Toe. Ich fange direkt mal an und zeichne hier etwas vor. Ups, total professionell. So, okay, dann spiele ich jetzt mal gegen mich. Ich bin das X. So, ich mache mir hier ein X. Dann bin ich mal das O. Wo machen wir denn jetzt was hin? Vielleicht hier. Ich könnte den Chaos austricksen, aber nein, der Chaos macht hier ein O hin. Es wird schwierig, es wird schwierig. Der Chaos macht hier ein X hin und jetzt denkt sich natürlich der Chaos, ein Momentchen mal, dann machen wir hier ein O hin. Da hat der Chaos aber Pech gehabt. Und ich denke, oh scheiße, guck mal hier, der macht ja fast da eine Reihe voll, aber ich mache da ein X hin. Und denkt, verkackt, jetzt kann ich gar nicht mehr gewinnen. Er macht da ein O hin, ich mache hier ein X hin. Und das ganze Spiel ist für den Arsch. Zweite Runde. Diesmal mit geraden Strichen. Naja. Und wer fängt an? Ich fange an. Also, ich mache hier jetzt mal ein X hin. Gut, dann mache ich hier ein O hin. Ups, ein bisschen weit unten, nicht wahr? Na gut, mache ich hier mal ein X hin. Und der denkt, okay, ich fange mal hier an, was zu machen. Der Chaos denkt, alles klar. Hier ein X so. Und er denkt, oh scheiße, hat der Chaos nicht aufgepasst. Ja, da habe ich leider verloren, liebe Leute. Das war Let's Play Tic-Tac-Toe. Das war Let's Play Tic-Toe.